Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal, bei der es um Grand Austria Hotel geht. Bei Grand Austria Hotel sind wir Hotelschiffs, die schon ein kleines Kaffeehaus besitzen und daraus ein großes renommiertes Hotel machen wollen. Dafür locken wir Kunden an, bedienen diese erst mit Speis und Trank, damit diese auch über Nacht in eins unserer Hotelzimmer ziehen. Außerdem stellen wir Personal ein, um die Kunden besser bedienen zu können und wir wollen die Gunst des Kaisers erlangen. Grand Austria Hotel ist ein Spiel von den Autoren Simone Luciani und Virginio Gigli mit Illustrationen von Clemens Franz. Es ist für zwei bis vier Spiele ab zwölf Jahren, dauert ca. 90 Minuten und ist bei Lookout-Spiele erschienen. Grand Austria Hotel bringt einiges an Material mit. Neben dem Spielbrett gibt es einige Tableaus, Karten, Spielsteine und Würfel. Jeder Spieler erhält sein eigenes Hotel in Form eines Tableaus. Auf diesem sind oben die Gästezimmer aufgedruckt. Darunter sind Tresor und Küche sowie das Kaffeehaus abgebildet. Auf dem Hauptplan finden sich die Kunden als Kundenkarten sowie die Kaiserleiste und weitere Spielelemente, die in jedem Spiel neu ausgelost werden, um für Abwechslung zu sorgen. Durch sie werden die Boni und Mali der Kaiserleiste sowie weitere Punktemöglichkeiten bestimmt. Als drittes Element gibt es den Aktionsplan. Hier werden die Würfel platziert, die am Anfang einer Runde geworfen werden. Jetzt kann es losgehen. Jeder Spieler ist pro Runde zweimal am Zug. Die Reihenfolge wird aber durch die Reihenfolgeplättchen bestimmt. Dabei ist der Startspieler als erstes und als letztes dran. Der letzte zweimal hintereinander. Die mittleren Spieler dann entsprechend der Reihe nach, sodass es einmal hin und wieder zurück geht. Der eigene Zug besteht aus zwei Schritten. Zunächst darf man eine Kundenkarte nehmen, wenn man will, und danach muss man einen Würfel nehmen. Einen Kunden darf man sich aussuchen und sich in einen von seinen drei Kundenslots legen. Dann muss man einen Würfel nehmen. Hierbei steht jede Ziffer für eine andere Aktion. Für die 1 und 2 kann man sich entsprechend Speisen und Getränke nehmen. Bei der 3 darf man ein Zimmer für einen Gast vorbereiten, indem man ein Raumplättchen mit der freies Zimmerseite auf sein Hotel legt. Mit der 4 kann man Geld und Prestige beim Kaiser erhalten. Und für die 5 kann man einen Bediensteten einstellen. Bei der 6 muss man zwar eine Krone zahlen, darf sich dann aber eine beliebige Aktion von 1 bis 5 aussuchen. Der Clou ist, dass die Anzahl der Würfel bestimmt, wie gut die ausgeführte Aktion ist. Liegen zum Beispiel 4 Einser und man nimmt sich eine davon, so darf man sich 4 Speisen nehmen. Auf den Kundenkarten ist die gewünschte Bestellung auf der linken Seite angegeben, auf der rechten Seite die Siegpunkte und im unteren Bereich der Bonus, falls der Kunde als Gast im Hotel einzieht. Die Farbe der Tischdecke zeigt außerdem an, in welche Zimmer er einziehen kann. Es gibt gelbe, rote und blaue Zimmer und entsprechende Tischdecken. Grüne Tischdecken sind aber anspruchslos und können jede Zimmerfarbe einziehen. Einziehen wird der Gast aber nur, wenn er bedient wurde. Wir müssen also die Bestellung erfüllen. Dabei stehen die Würfel für verschiedene Speisen. Schwarzer Kaffee, roter Wein, weiße Torte und brauner Strudel. Immer wenn man eine Speise erhält, darf man damit auch direkt einen Kunden bedienen. Reste kommen in die Küche, die man später gegen einen kleinen Betrag an den Gast weiterleiten kann. Beim Einziehen der Gäste ist also auf die Kombination von benötigten Waren, verfügbaren Zimmern und daraus resultierenden Boni zu achten. Zusätzlich kann man noch Personal einstellen. Zu Beginn hat man sechs Bedienstete auf der Hand. Eingestelltes Personal bringt entweder einmalige Boni oder dauerhafte Boni oder einen Effekt einmal pro Runde oder eine extra Siegpunktwertung am Ende des Spiels. Die Kaiserleiste ist auch nicht zu vernachlässigen. Fällt man beim Kaiser in Ungnade, so läuft man Gefahr, Mali zu erhalten. Wie zum Beispiel das Abgeben von Speisen aus der Küche. Der Spieler, der nach sieben Runden die meisten Punkte hat, gewinnt schließlich das Spiel. Grand Austria Hotel ist wirklich ein schönes Spiel für viele Spieler. Gerade durch den pfiffigen Würfelmechanismus, wo man sich einen Würfel nimmt, dafür etwas erhält, dann vielleicht einen Kundenwunsch erfüllen kann, eine Belohnung erhält, durch die Belohnung vielleicht den nächsten Kundenwunsch erfüllen kann und so weiter. Da entstehen solche Kettenreaktionen. Und das ist natürlich besonders toll. Das heißt, man kommt ein bisschen ins Grübeln, wie man jetzt am besten seinen Zug macht, um möglichst viele dieser Kettenreaktionen hervorzurufen, um dann möglichst viele Punkte für den Zug zu bekommen. Allerdings hat dieses Grübeln auch einen großen Nachteil. Wenn man nämlich zu viert spielt, dann ist man ja, wenn man Startspieler ist, als erstes und als achtes dran. Das heißt, da liegen sechs Züge von den Mitspielern dazwischen. Und das kann schon mal bis zu 20 Minuten dauern, bis man dann wieder dran ist, weil jeder ja seinen Zug möglichst gut ausführen will und möglichst viele Kettenreaktionen auslösen will. Und das führt dann dazu, dass diese 90 Minuten bei vier Spielern überhaupt nicht eingehalten werden. Also es dauert dann eher drei bis vier Stunden, was natürlich eine lange Zeit ist. Zu zweit dagegen ist es wirklich schön. Man schafft es in lockerer oder in einer guten Stunde, wenn man ein bisschen geübt ist. Und dadurch ist es so ein flottes Spiel, wo man viel ins Grübeln kommt und sich immer wieder seine Züge gut überlegt, aber eben das nicht zu lange dauert, weil man ja immer relativ schnell wieder dran ist. Also zu zweit und auch für drei empfehlen wir es auf jeden Fall. Für vier, naja, da braucht man schon relativ viel Zeit. Ja, dann hoffen wir, wir konnten euch hier einen guten Eindruck in Gran Austria Hotel liefern. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Spiel doch mal!